so es ist wieder soweit der monat juni ist schon wieder halb rum und ich teile mit euch meine tcg einkaufsliste für den monat juni der mai hat sich als ganz erfolgreich herausgestellt lustigerweise sind die preise die wir im april bezahlt haben für flash and blood magic pokémon komplett in den keller gegangen unter anderem durch die krypto markt bewegung denke ich andererseits können die leute wieder rausgehen fahren in urlaub für mich keinen grund panik zu haben ich stocke auf für q4 für das weihnachtsgeschäft und fangen wir direkt an mit platz eins diesmal sind es fünf produkte in einer reihenfolge aber mein bestes produkt ist direkt am anfang und das ist jumpstart ich habe über jumpstart auf diesem kanal jetzt echt schon ein paar mal gesprochen und es ist soweit der jumpstart reprint restock kam und ihr kriegt es hier bei card market auf englisch es gibt es ja nur auf englisch von einem der größten deutschen händler wo ihr 295 versand bezahlt für 90 euro 95 kriegt den jumpstart display das war vor gar nicht so langer zeit bei 120 euro es war letztes jahr im november dezember bei 140 euro es ist zwar print to demand das heißt es wird so viel gedruckt wie es gebraucht wird aber selbst in dieser zeit steigt schon so stark weil die nachfrage immer wieder das angebot übersteigt jetzt gerade haben wir eben wieder viel angebot deswegen sind die preise unten so funktioniert der markt einfach wenn die nachfrage das wieder aufgekauft hat dann steigt der preis auch ich denke sehr schnell wieder auf über 100 euro sehr sehr schnell wieder auf über 100 euro und stellt euch dieses produkt einfach mal vor wenn es out of print geht und wenn falls ein jumpstart 2 kommt das war so ein gutes produkt ich erwarte dass ein zweites kommt whatsapp uns bestätigt commander legends wird zwei kommen modern horizons gibt es zwei es wird nächstes remaster set geben deswegen wird es auch ein jumpstart 2 geben und es ist so gut wirklich natürlich alles hier ohne gewehr das ist ja keine anlage empfehlung aber wenn ich jemandem etwas empfehlen würde dann wäre es jumpstart ich habe mich hier eingedeckt jetzt zu diesem preis nochmal und sprachlos also wer da nicht zuschlägt wird sich denke ich in den arschbeißen in naher zukunft nummero zwei sieht gerade noch ein bisschen anders aus und das ist throne of a drain da habe ich auch schon mal drüber gesprochen da stehen wir gerade vermutlich vor einem restock reprint der soll noch im juni kommen also ich gehe auch hier von darf also hierbei davon aus dass die preise runter gehen werden vielleicht nicht auf 90 aber lass sie auf 110 runter gehen das produkt hat bewiesen dass es schon sich für 145 130 132 90 verkauft punkt also das produkt hat bewiesen dass es so gut ist und es wird auch falls es kurzfristig wieder sinkt wieder steigen ist einfach nur eine ideale einkaufsmöglichkeit das sind die beiden produkte magic die ich diesen monat auf der rechnung habe wenn sich alle anderen um dungeons und dragons und modern horizon 2 kümmern kurzes wort noch zu modern horizon 2 ich selber würde fettständer im blick behalten wenn ihr welche braucht für eure sammlung ich denke die werden so günstig wie lange zeit nicht mehr dann habe ich wieder eine kleine homage an pokémon das sind meine produkte 3 und 3,5 zwar glänzendes schicksal elite trainer boxen und weg des champs elite trainer boxen ich habe bei 3,5 gelacht weil das hier sort and shield 3,5 ist kleiner pokémon insider das hier kostet derzeit um die 70 euro in der etb und glänzendes schicksal um die 60 euro shining fates und champions path waren schon bei über 100 euro wurden sehr stark reprintet von der pokémon company das ist für mich aber wie bei jumpstart und throne of aldraine kein negativ beispiel sondern sie haben schon mal einen hohen preis erreicht es sind gute produkte da sind eben chase karten drin bei champions path leider nur das glurak der rest ist glaube ich schrott aber auch bei shining fates gibt es coole karten hat sich einfach bewiesen dass die cool sind die elite trainer boxen und das beliebteste produkt da sind zehn booster drin höhlen eine promokarte würfel und die sehen cool im regal aus kann ich aus eigener erfahrung sagen produkt 4 sind wieder zwei die aber in einem display kommen und das sind yugioh structure decks egyptian gods und da gibt es das egyptian god decks life of the sky dragon das kommt am 17 6 und das egyptian sorry und das egyptian god deck obelisk the tormentor kommt auch am 17 6 die kommt zusammen einem display idealerweise versucht ihr ein display zu kriegen wo acht decks drin sind 4 und 4 die kosten jetzt noch 7 euro sieben euro jeweils das deck also ein display solltet ihr so um die sagen wir sieben euro fünfzig mal acht 15 60 euro kriegen und es gibt structure decks aus der vergangenheit die gar nicht so alt sind die schon für 25 euro das deck gehen also aus 8 euro wurden 25 aus 60 200 und diese egyptian god decks sind in der szene super beliebt werden richtig hoch gepriesen von daher für mich auch eins der stärksten jugio produkte im juni so dann habe ich monarch first edition displays und zwar habe ich schon gesagt der ganz samt dem markt ist ein bisschen nach unten gegangen im april haben alle gesagt monarch first editions geht weihnachten auf 1000 euro safe crucible dann auf drei welcome to wrath auf 20.000 so es hat sich alles ein bisschen gesetzt die euphorie aus den gründen die schon sagte der kryptomarkt ist runter gegangen magic geht auch runter die leute können wieder rausgehen vielleicht ist es auch gar nicht so einfach und flächenblatt muss einfach jetzt ein bisschen sich erst finden im deutschen markt aber die community wächst es werden turniere gespielt es ist richtig cooles produkt und ich finde halt den preis 300 euro 350 euro zwei monate nach release oder eineinhalb monate nach release immer noch fair damit manche leute mehr im in der preorder bezahlt als man hier für 311 oder so eben bekommt und ja es gibt gerade ein wenig unsicherheit im markt weil die monarch unlimited edition da wurden monarch unlimited booster in einem first edition display gedruckt oder produziert weil kata mundi die druckerei aus belgien die auch wirsatz also magic herstellt hat eben alte display boxen benutzt und flächenblatt sagt selber man soll oben die perforation eindrücken dann sieht man so eine rote flagge auf den booster also man erkennt es das ist ein wenig unschön von daher würde ich empfehlen wer es finanziell kann kauft durch einen case hier ist zum beispiel einer 4550 euro vermutlich die zwei kleinen anzeigen oder facebook gruppen oder im discord noch andere weil der case ist wieder eindeutig es sind unlimited booster in einem first edition display in einem unlimited case also wenn ihr ein first edition case habt seid ihr relativ safe und habt auch in der zukunft kein problem das wieder zu verkaufen so mein kleiner tipp dass ihr seht dass sie sich auch verkaufen am 8 juni gilt für 304 320 33 33 33 2 für 650 euro selbst ein case ginge schon für 1261 euro also die verkaufen sich immer noch es gibt einen markt die fallen nicht einfach ins bodenlose das waren meine fünf tipps im juni und an dieser stelle mal eine ungewöhnliche art werbung für mein patreon wir sind mittlerweile 21 menschen und ab 25 beginnen die monatlichen giveaways ob das booster sind oder kartenzubehör oder merch von mir oder 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 da dürft ihr dann selber als patron darüber abstimmen ich habe ein rein support hier ich habe ein tier wo ihr investieren und supporten könnt das heißt für zehn euro monat unterstützt sie mich und können günstig sammelkarten kaufen und vorbestellen viele dieser produkte die ich hier empfohlen habe haben meine patreons schon zu noch günstigeren preisen beim großhandel bekommen genau wie modern horizon 2 collector zu einem fairen preis den sie jetzt immer noch bezahlen und ja nur mal kleine werbung an dieser stelle es gibt auch noch 25 euro tier wo ihr dann meine realtime käufe bekommt und direkt mit mir austauschen könnt ansonsten sprechen wir einmal im monat auf einem stammtisch der nächste ist am 15 6 also wer bock hat vier noch dann beginnen die giveaways vielleicht gibt es ja auch bald mal ein patrick t shirt beweis so werbung zu ende das war meine einkaufsliste im juni ich hoffe euch geht's gut ich wünsche euch einen schönen sommer wir sehen uns wieder im juli bis bald euer patrick